Wir sind jetzt eine Woche vor der Premiere. Es ist noch relativ viel zu tun, aber es ist leer. Es sieht super aus. Wir haben die Freude, dass alles viel besser funktioniert, als wir im Proberaum schon ausprobiert haben. Wir haben jetzt noch eine Woche, aber wir sind auf Gutenberg. Die Supermarkt-Lady geht um drei Verkäuferinnen, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen und den blöden, bösen Chef weg sperren, sodass sie den Laden verändern können. Aber eigentlich geht es, wie bei den meisten Stücken von uns, die wir mit der Shade Company machen, darum, dass es eine lustvolle Geschichte ist. Und man kann vor allem selber mitbestimmen, wie zum Teil die Geschichte weiterlaufen soll. Also je nachdem, wie das Publikum abstimmt, haben wir 18 bis 22 Songs. Es sind auch viele Versatzstücke, das kann man gar nicht so sagen. Aber so in diesem Drehraum, also es hat sehr viel Musik in diesem Stück drin. Aber so in diesem Drehraum. Vielen Dank.